Ich ermittle in einem Mordfall. Er ist vielleicht ein Mörder. Was hast du mit so Leuten zu tun? Was heißt denn hier so Leute? Das sind meine Freunde. Er gehört zum harten Kern. Du hast mit dabei gestern Nacht? Keine Ahnung, wovon du bist. Schritt davon. Er macht dir nichts als Ärger. Wenn's sie glücklich macht, dann haben wir eine Ratte im Präsidium. Ach, dann haben Sie die Ermittlungsergebnisse weitergegeben? Hier. Kennen Sie diesen Mann? Doch, er ist. Sie wissen, dass das mein Bruder ist. Sie sind raus. Dein Bruder. Der Tatort. Am Sonntag hier in 1 Festival.